Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kickboxfreunde, ihr seht, Baba, ein original großer Kickboxring. Und wie du den nutzen kannst für dein Training, besonders wie du fit wirst, schnell Kickboxen lernst, bleibt dran, alles das erkläre ich in diesem Video. Mein Name ist Oliver Bellassain und ich bringe den Menschen in Köln, in Bonn und auch im Internet Kickboxen rein. Ich war lange Zeit als Bundestrainer unterwegs, international, aber auch hier in Europa, habe selber sehr viel gekämpft und bringe jetzt wieder jeden Freitag ein Video nur für dich raus. Vom Anfänger bis zum Profis Motto und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Genauso sieht das aus, wenn du hier oben im Ring stehen würdest, aber nichtsdestotrotz nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Oliver, ich bringe den Menschen in Kickboxen bei, in Köln, in Bonn, im Internet und das schon seit 20 Jahren. Ich persönlich betreibe Kickboxen schon seit 35 Jahren, ungefähr ganz genau. Und ich habe in der langweiligen Corona-Zeit gemacht, hey, was machen wir in Zukunft anders? Und das, was ihr sehen könnt hier, ist neu. Wir wollen hier in Bonn ein neues Leistungszentrum für Kickboxen erstellen, aber nicht nur für Kämpfer, sondern auch für alle, die fitnessorientiert Kickboxen trainieren und lernen möchten. Denn Corona war wirklich sehr lang, ich hatte viel Zeit und ich habe mir gedacht, hey, aus all den 35 Jahren Kickboxen erfahren, was kannst du daraus jetzt mal komprimieren und zusammenfassen. Und ich habe ein neues Konzept gefunden, was sechs Monate lang dauert, das Training, und habe sechs Monate dieses Training ausprobiert. Ich habe eine Person trainiert, zweimal die Woche. Und es sieht jetzt so aus, als würde diesen Person schon seit drei Jahren Kickboxen machen, ist topfit und genau das Programm werden wir jetzt hier bei uns in Bonn und in Köln unterrichten. Und das, was ihr da seht, trägt dazu bei, dass es richtig, richtig geil sich anfühlt. Denn wer schon mal im Ring stand, weiß, es ist ein ganz anderes Gefühl, du musst nicht Kämpfer sein. Du kannst auch als fitnessorientiert Kickboxer da reingehen und sagen, hey, ich möchte mich mal cool fühlen, wie ist das so ein Ding? Und ich kann nur sagen, es ist gigantisch. So, ich würde sagen, kommt zum Probetraining vorbei, es ist kostenfrei, ich freue mich auf euch. Let's go, komm!